Servus, heute geht's zum Quadfahren nach Niederbayern. Mitte September trafen wir uns bei herrlichem Herbstwetter im Quadcenter Straubing. Insgesamt 10 Sportquads standen für uns bereit. Nach einer kurzen Einweisung in die Fahrzeugtechnik und die üblichen Formalitäten ging's dann auch gleich los. Ein kurzes Stück über asphaltierte Straßen, dann ging's auch gleich auf Feldwege. Für viele von uns, auch für mich, war es das erste Mal Quadfahren. Ich hab auch keinen Motorradführerschein, also auch keine Erfahrung im Geländefahren, also war ich etwas zögerlich am Anfang. Aber, ja, so nach den ersten paar hundert Metern, wurde's dann doch relativ schnell etwas rasanter. Mal Quadrant. Das war's. Kurzer Tankstopp und dann weiter. Kurzer Tankstopp und dann weiter. Kurzer Tankstopp. Nach einer Stunde On- und Offroad eine kurze Pause. Kurzer Tankstopp. Kurzer Tankstopp. Musik Herrlich diese Aussicht über den Koi-Boden bis Straubing. Nach dieser letzten Rast ging es dann rasant zurück zum Quad Center. Musik 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 Wenn euch der Film gefallen hat, abonniert meinen YouTube-Kanal. Bei Fragen hinterlasst einen Kommentar. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020